Mein Schloch! Achso, wir sind wieder auf! Wir sind schon wieder auf Sendung! Auf Sendung, ja. Wack! Ja, der Domi ist noch ein bisschen schüchtern. Der kann sich nur... außerhalb vom Let's Play Böse benehmen. Böse benehmen? Böse benehmen? Äh... Lüchte Key! Ich hab Angst. Oh Gott, so! Ja, da treffen wir jetzt auf die ersten Viecher. Wir müssen den, glaub ich, sogar... Wir wurden damals kein einziges Mal gesehen. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt mehr versage wie damals. Hm. Ich glaub, vor einem halben Jahr haben wir sowas gespielt. Ja, das ist noch ein bisschen leer. Beware! Aber ich glaub, die kommen erst... Kommen die jetzt schon? Oder erst einmal das Lesen. Woher geht das Siren? Wer weiss! Hehehe! Du hast genug Wein, das dauert uns eine Lebenszeit! Oder zumindest bis morgen! Hehehehehe! Genau, der Wein, das lesen wir später. Ist nämlich vergiftet, soweit ich das noch weiß. Und dann werden die auch zu diesem... Spoiler doch nicht so viel. Aber ja. Erzähl weiter. Ne, das braucht ja länger. Jetzt morgensch nimmer. Ratte! Iiiiih! Nein! Oh! Das war ein Fail! Das ist eine Flasche. Ah! Scheiße! Jetzt haben wir zu lange im Dunkeln. Jetzt sind wir krabbeln Käfer rum. Ich hörte doch mal auf dem Aufzug krabbeln. Okay. Ah, da ist noch was? Au! Knockout. Daran hab ich mich nicht mehr erinnert. Wo hab ich ihn jetzt eigentlich meinen Namen? Ah ne, an den Kayfin hab ich mich noch erinnert. Ach da. Welche Flammaretto hast du da rein? Ich hab einfach aufgeteilt. Es war nur ne halbe Flasche noch. Oh ja, ein bisschen viel. Oh Gott, wie war das mit... Ja, hold on left mouse button by moving right to strong push. Ah ja, genau. Ich höre Viecher. Ich will da nicht raus. Ich... Ich will da zumachen. Na gut, okay. So... Mwah! Ehh! So. Reliefed. Oh! Slight Helik. Öffne doch die Türe! Ja eben! Ah, da kommt jetzt glaub ich das. Da kommen sie jetzt gleich das erste Mal. Schaut einladend aus. Ich glaub das war hier. Das bringt's ja! Die Kerze, ja wollte ich grad sagen, die Kerze hat's grad sehr gebracht. Was passiert? Was passiert? ... My chest is going... Deversed! Oh my god! Wilhelm, to something! Aber wir werden nicht von hier rauskommen. Wie kannst du das sagen? Alexander, du Scheiße, lass uns von hier raus! Hmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm So, weiter im Text. So flach. I've brought men, women and children to the brothel. Nein. Wolle ich. Okay, streich mir die letzten. Aber ich kann doch nicht sagen, to the church. Das wäre genauso schlimm. Das stimmt, ja. Jetzt käme auch das gleiche raus, du. Sorry. Ich glaube, es wird dann oben als hint gesagt, wenn die Viecher kommen, dass wir uns nicht erwischen lassen dürfen. Ich glaube, wenn ich alle in den Küchdienst oder so habe. Ah, ich weiß auch noch, wo es ist. Und dann, hol mal. Was war da hinten? Da drin. Ah. Okay. Wow, da ist doch einer. Ach ja, und man sollte nicht die Viecher anschauen, was sonst macht sich der Charakter in die Hose. Das mach ich mir auch gerade. Na, das ist super. Der ist übrigens Health. Also, kann ich mich heilen. Was an sich, na ja, nach drei Schlägen ist man eigentlich tot, aber. Was erinnert mich dann? Kommt der schon? Ja. Oh, da ist er ja schon. Hä? Wo? Ja, das ist, nee. Die, 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 ach. Ach so, ja, 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 freilich. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen langsam heute. Wie leise du die Tür zumachst. Ob das noch eine gute Idee war? Das hab ich auf jeden Fall alle. So. Warte mal. Genau. Genau, und das Acid, das, das, was mich vorhin erwischt hat, was du gedacht hast, wo ein Gegner war. Ja, das musst du jetzt abrätseln. Genau, das ist so. Ähm, die Shisha geht nicht mehr. Geht nicht mehr? Ne. Können wir später nicht. Neu machen. Okay, dann machen wir mal ein bisschen die Kaule runter. Jo. Entschuldigung dafür, aber wir müssen Prioritäten setzen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt ist er hoch und das wird jetzt in Akten tun. Da ist nämlich mal ins Runkel laufen. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Die spawnen und verschwinden. Und man kann sich nie so sicher sein, wo. Ja, so ist das. Ja. Es ist Hortensia. Ui, heiß. Na ja, wenn ich's nicht mach, dieser Boden ist, dass ich auch. Das ist aber Crystal Clear, ja, dann kann ich ja. So. So, jetzt sollen wir jetzt das Zeug zusammenmixen. Dann kommen wir nämlich runter in Refinery. Oh, ich glaube, dann kommen schon die Wasserteile. Das weiß ich gerade nicht. Aber jetzt misch erst mal. Ja. So, zack, 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 zack. Du brauchst erst mal den Topf. Äh, stimmt. Den Topf muss ich da hin, glaube ich, stellen. Dann schuhe du halt erst mal die Chemikalien rein, wenn das will. Ängstlicher Bastard. Na, schluss, kann ich erst am Ende, wenn ich das aufgedreht hab? Ist das was laufen, ja? Ist das Trauen? Ja. Ja.